Ich habe Mega Gewinnspiels Video gesehen, in dem er selbst die Wahrheit über sich selbst erzählt und möchte darauf gerne einwirken und die echte Wahrheit über Mega Gewinnspiel erzählen. Ich beziehe mich dabei auf sein Video, die Wahrheit über Mega Gewinnspiel. Jetzt reicht's. Um eventuell mein Video verstehen zu können, müsstet ihr euch vor sein Video angeguckt haben. Link packe ich unten in die Videobeschreibung. In vielen anderen Videos über ihn wird angegeben, dass seine Gewinnspiele nicht aus Werbeeinnahmen zu finanzieren sei. Das scheint wohl zu stimmen. Und Mega Gewinnspiel sagt, er würde in seine Gewinnspiele auch sein Privatkapital mit einfließen lassen. Jedoch seien die Gewinnspiele ohne die ganzen Gaming-PCs mit einem ganz normalen Job zu finanzieren. Daraufhin hat er die Kosten ohne die Gaming-PCs einmal runtergerechnet und sagt, dass rund 900 Euro seine Gewinnspiele ohne die PCs kosten. Und wir machen jetzt mal eine kleine Rechnung. Und zwar gehen wir von einem beispielhaften Bruttoeinkommen von 3.000 Euro aus. Davon wird jetzt noch allerlei abgezogen. Fangen wir erstmal mit der Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitsversicherung, Pflegeversicherung. Das, was alles abgezogen wird. Und auf dem Konto haben wir nachher 1.905,38 Euro. Bleiben uns übrig von den 3.000 Euro. Dann machen wir weiter. Und zwar brauchen wir noch eine Bude mit einer 500 Euro Miete. Dafür muss Strom bezahlt werden, Telefon, Handy. Internet möchte auch bezahlt werden. Die GZ möchte natürlich auch was. Wir wollen was essen. Wir wollen was waschen. Hygiene, Artikel, Zahnbürste, sowas alles. Und wir wollen uns auch anziehen. Bleiben übrig. 1.107,38 Cent. Und dann haben wir eventuell noch eine private Rentenversicherung, eine Haftpflichtversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Eventuell kommt auch noch eine Lebensversicherung dazu. Bleiben uns 919,38 Euro. Und dann geht es auch weiter. Wir haben natürlich noch ein Auto. Darin muss Versicherung, Kfz-Steuer, Kraftstoff, Reparaturrücklagen und Rücklagen, um uns zum Beispiel ein neues Auto zu kaufen. Bleiben uns dann noch 632,38 Euro über. Und zu guter Letzt wollen wir uns noch 150 Euro zur Seite legen, um mal mit unserem Partner etwas essen zu gehen. Oder für sonstige Anschaffungen. Und man kauft sich mal einen neuen Fernseher. Dies oder das. Das ist alles sehr, sehr großzügig gerechnet. Und eigentlich so wenig abgerechnet. Bleiben uns am Ende noch 482,38 Euro, wenn wir sehr sparsam sind, von unseren ursprünglichen 3.000 Euro. Passt also nicht zu seinen 900 Euro. Also seinen Gewinnspielkanal könnte man nicht betreiben, wenn man einen ganz normalen Job hat. Und ich finde 3.000 Euro, das ist schon etwas mehr als ein normaler Job, weil Personen im Seinalter verdienen nicht um die 3.000 Euro. Die verdienen da etwas weniger. Google erlaubt ja mittlerweile, dass man über seine eigenen Einnahmen spricht. Einige Netzwerke verbieten das aber weiterhin. Ich kenne jetzt die TOS von Social Blade nicht, deswegen kann ich das nicht sagen. Aber erhält uns ein Screenshot in die Kamera. Und dazu kann ich nur sagen, Screenshots kann man manipulieren. Und wie das geht, das zeige ich euch. Und zwar kann man auch ganz einfach Screenshots manipulieren. Und auch ganze Videos manipulieren, wenn man das dann möchte. Und zwar habe ich hier jetzt mein AdSend-Konto aufgerufen von der Checker. Ist natürlich so weit manipuliert, aber ich möchte natürlich auch zeigen, okay, ich habe keine 100 Euro. Also ich habe dann da mal, indem ich das hier anwähle, mit einem speziellen Tool, ich füge da eine Null-Mehr rein. Da habe ich auch mal 1.000 Euro, damit das auch stimmt. Dann machen wir das auch da unten. Da hätte ich nämlich auch gern 1.000 Euro. Und so leicht kann man Screenshots manipulieren. In den Kommentaren für sich zu werben ist natürlich vollkommen okay. Fake-Profile sind dagegen nicht okay. Das kann unter Umständen sogar strafbar sein, wenn der Nickname des Fake-Profils ein Künstlername desjenigen ist oder die Person sogar mit Klarnamen unter Google Plus auftritt. Nach § 12 BGB. Ich behalte mich hier im Unklaren, ob die Fake-Profile wirklich von Mega-Gewinnspiel betrieben werden oder nicht. Dazu möchte ich mich nicht äußern. Zitat von Mega-Gewinnspiel. Dass ich bei AdWords werben kann, widerlegt 100% der ganzen Hate-Videos. Damit meint er, die ganzen Videos, die ihn kritisieren, die sieht er als Hate-Videos an. Also vermutlich auch dieses Video hier. Was auf gar keinen Fall ein Hate-Video ist. Google kann überhaupt nicht überprüfen, ob die Videos und die Gewinnspiele legitim sind. Dafür müssten sie an diesem Gewinnspiel teilgenommen haben und auch schon mal gewonnen haben. Nur so kann man die Legitimität eines Gewinnspiels überprüfen. Vorrangig. Google bekommt mehrere hundert Kampagnen am Tag eingereicht, sodass die Videos nur routinemäßig durchgeschaut werden. Da erfolgt nicht wirklich eine Überprüfung der Videos. Also das ist kein Argument, um sich auf der sicheren Seite zu wiegen. Mega-Gewinnspiel sperrt Videos aufgrund von Urheberrechtsverstößen, gibt aber in seinem Video selber an, dass er diese Videos nicht aufgrund von Urheberrechtsverstößen sperren lässt, sondern sie meldet wegen Verstößen zum Beispiel dem StGB, weil er sich von diesem Video beleidigt fühlt. Dafür ist das Meldeformular aber nicht da. Es gibt andere Meldeformulare dafür. Beispiel das für Persönlichkeitsrechte. Und in Deutschland gibt es dann immer noch das Zivil- und das Strafrecht, mit dem er gegen diese Videos vorgehen könnte, wenn er das dann wollte. Er macht es sich aber einfach. Im Übrigen ist es sehr effektiv, sich bei bildungsfernen Schichten Glaubwürdigkeit zu verschaffen, indem man wahllos Gesetzestexte umherwirft, ohne Zusammenhang. Zitat Ja, es gibt einen Bug im Kommentarsystem. Der treibt sein Unwesen in der YouTube-API-Version 2 weiter fort. Denn mit der YouTube-API hat man nur Zugriff auf 999 Kommentare. Durch den Bug wiederum hat man aber nur Zugriff auf die ersten 100 Kommentare. Sein Zufallsgenerator benutzt diese API und kann demnach nicht alle Kommentare erfassen. Hier ein Beweis. YouTube stellt uns ja zum Interagieren mit seiner Plattform eine sogenannte API bereit. Davon gibt es zwei Versionen, einmal die Version 2 und einmal die Version 3. Bei der Version 3 ist es derzeit noch nicht möglich, Kommentare auszulesen, sodass wir das noch mit der Version 2 machen müssen. Und diese Version 2, die kann man auch im Webbrowser benutzen, so wie ich das jetzt hier tue. Also kurz zur Erklärung, ich greife zu auf die Seite gdata.youtube.com auf ein API-Feed für ein Video. Das ist jetzt hier eine ID zu einem Smosh-Video. Die haben in der Regel viele Kommentare. Und davon rufe ich die Comments auf. In einer Seite kann ich mir maximal 50 Kommentare anzeigen lassen. Und der Startindex sagt mir halt, bei welchem Kommentar möchte ich dann starten. Wenn ich das nicht eingebe, startet er bei Kommentar 0. Jetzt möchte ich mir aber zum Beispiel mal den Kommentar 1001 anzeigen lassen, sodass ich einfach nur 1000 eingebe. Und da sagt mir dann die API, ich kann nicht mehr als 1000 Kommentare abfragen, sodass die höchste Nummer, die ich dort eingeben kann, 999 ist. Das heißt, hat ein Video mehr als 1000 Kommentare, kann ich das mit dieser API, die restlichen, also alles, was über den 1000 Kommentar hinweg geht, kann ich damit nicht mehr auslesen. Gut. Dieses Smosh-Video hat aber weit mehr als 1000 Kommentare, sodass ich mir jetzt mal den 999. zeigen lasse, was hier der 1000. ist. Okay, da sagt er geht nicht. Dann versuchen wir es mit der 900. Da kommt nichts. Gehen wir ganz weit runter auf die 100. Da kommt auch nichts. Und dann zeige ich mir mal die 99 an, also eigentlich den 100. Kommentar. Und da kommt einer. Genau einer. Wenn ich jetzt weiter runtergehe auf 98, kommen zwei Kommentare, nämlich die 99 und die 100. Aber das bleibt eigentlich so. Das ist ein Bug. Das heißt, ich kann mir nicht mehr als 100 Kommentare mit diesem System ausspucken lassen. Gegenprobe, Video von Gronkh, vom 13.06. Kopiere ich mir hier die Video-ID. Füge sie hier in dem Feed ein. Und auch hier geht es nicht weiter als bis zur 100. Es kommt wieder nur ein Kommentar. Selbe, wenn ich die 99 eingebe. Also das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich. Er hat jetzt hier 337 Kommentare, wie man sieht. So, diese Internetseite, die Mega-Gewinnspiel zum Auszählen der Kommentare verwendet, ist das folgende. Und wenn ich mir den Quelltext angucke, verwendet diese Internetseite die YouTube-API-Version 2 hieran zu sehen. Das, da stellt die Internetseite ihre Anfrage hin. Und wie wir eben gesehen haben, kriegen wir damit nicht alle Kommentare raus. Das ist genau dieselbe Internetseite. Etwas anderes, was mir hierbei aufgefallen ist, es funktioniert nicht. Ich kann der Seite mal ganz kurz ein Reload geben. So, ich habe jetzt hier beispielsweise die Beispiel-Video-ID eingetragen, die er mir vorschlägt. Let's see who is the winner. Controller L-ID der Video. Heißt so viel wie ich sollte Video-ID kontrollieren, da stimmt noch mal etwas nicht. Nehme ich mal beispielsweise das Video von Gronkh. Funktioniert nicht. Was ist, wenn ich hier nochmal Gronkh eintrage und hier auch einen Klick reinmache, so wie das auch von Mega-Gewinnspiel getan wird? Es funktioniert einfach nicht. Das heißt, diese Internetseite, a, ich kriege sie nicht zum Laufen, ich habe das vorhin auch in einem anderen Webbrowser ausprobiert, und b, sie verwendet eine Technik, mit der man nicht alle Kommentare, sondern nur die ersten 100 Kommentare auswählen kann. Ich glaube, das spricht für sich. Ich hatte leider mit genügend YouTubern Kontakt, die sich unter Zukauf von Aufrufen oder auch Abos ihr YouTube-Konto ein wenig aufwerten wollten. Diese Zahlen wurden nach einer Zeit jedoch wiederum nach unten korrigiert. Zu einer Sperrung kam es nie. Mega-Gewinnspiel deaktiviert seine Kommentare, nachdem ein Gewinnspiel vorbei ist. Das erklärt er dadurch, dass er dem Nutzer signalisieren möchte, dass das Gewinnspiel zu Ende ist. Es gibt aber auch genügend andere Methoden, um dem Nutzer mitzuteilen, dass das Gewinnspiel zu Ende ist, wie zum Beispiel ziemlich große Annotations oder ein Hinweis in der Videobeschreibung. Dafür muss man nicht die Kommentare deaktivieren. Und wenn er nur die Kommentare deaktiviert, um den Nutzer zu zeigen, hör mal, das Gewinnspiel ist vorbei, warum deaktiviert er dann die Kommentare unter seinen Auflösungsvideos? Mega-Gewinnspiels Teilnahmebedingungen sind gemäß der YouTube-Community-Richtlinie nicht gestattet. Um an einem seiner Gewinnspiel teilzunehmen, muss man den Kanal abonniert haben, dem Video einen Daumen raufgegeben haben und ihn auf Google Plus folgen. Das ist unzulässig. Diese Teilnahmebedingungen kann man bzw. muss man auf seiner Internetseite nachlesen. Der YouTube-Kollege Videoamt hatte vor einiger Zeit dazu aufgerufen, in seinen Kommentaren zu schreiben, wer denn bereits etwas beim Mega-Gewinnspiel gewonnen hätte. Abgesehen von so unqualifizierten Äußerungen wie, ich kenne da jemanden, der hat etwas gewonnen, nur verkürzt und Beleidigungen gegenüber der Person vom Videoamt, kam dort nicht viel bei raus. Es gab sogar noch Gegendarstellungen, die haben gesagt, dass man ein Gewinn versprochen wurde, aber nichts ankam und sogar noch bei YouTube blockiert wurde.